Keine Morgenroutine für mich mehr ohne mein Beauty Elixier. Warum ich dieses Produkt so liebe, es unbedingt weiterempfehlen möchte, warum man es kaufen sollte und welchen Mehrwert man davon hat, ist eigentlich ganz einfach. Wer möchte sich im Alltag nicht einfach wohler, schöner und fitter fühlen? Und das Ganze mit nur einer Tätigkeit am Tag. Ganz praktisch im To-Go-Format, ohne Zucker, ohne Gluten, keine Laktose. Außerdem erfüllt es uns so viele Beauty-Geheimnisse wie zum Beispiel volleres Haar, ein schöneres, reineres Hautbild, einen strafferen Körper, mehr Energie, einen aktivierteren Stockwechsel, schönere, festere Fingernägel und die Altersvorsorge von innen. Ich bin mir sicher, dass auch die Männer eine praktische Alltagsroutine möchten. Und auch hier haben wir mit einem Shot am Tag ein besseres Hautbild, volleres Haar, bessere Potenz, attraktivere Muskulatur und mehr Energie im Alltag. Ganz einfach praktisch einzunehmen, entweder morgens direkt vor dem Frühstück oder ich empfehle es direkt vor dem Sport für direkt mehr Energie und straffere Muskeln. Mein Tipp für euch, beschenkt euch doch einfach gegenseitig zu Weihnachten. Denn was gibt es Schöneres als gemeinsam jung, gesund, alt werden? Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten!